ARD Text im Auftrag von Funk Was kaufen wir denn hier mit Dingen? Ich habe jetzt auch wieder Sander auf jeden Fall erwartet Ich habe jetzt dieses Scheiß-Item mit der Kirche gekauft Na man schon mit Sander, die Tanks Äh, könnt ihr mit dem Ding jetzt machen? Bei Mana Camp? Ja Schau mal krass wie die Hintergrundlandschaft aussieht, die guckst du dir so normal nie an Ja, die Pyramide zum Beispiel da vorne Ist echt geil An der Map haben es auf jeden Fall richtig geil gemacht So einen kleinen Jungle ist eigentlich aufgeregt Oh, eine kleine Oase Die Jungle ist eigentlich genau wie der andere Jungle Ist nur anders designt Ja On my way Marigolds vor den Graves Ach, hier vorne ist jetzt das Mana Camp Ah, ich habe das vorher gar nicht gecheckt Früher war dann eben der Camp Ja Ich glaube die haben Damage gemacht, oder? Ja, Ymir hat Damage, geil Oh, den springt eh gleich rein Wieso Ymir? Oh ja Oh ja Oh ja Was will der denn? Oh ja Alter ne Neu, ne? Schade Item ist echt ok Gib dir Lifesuitest du und passivest du hier die schweiz römer wird in der immer mit Lappen alle richtigen Lande mit seinen Ultern willst du ich habe es auch meine Ultern Was ist das für Kronos? Mein Ulti Jemir ist hier zu machen Jemir Oh Gott Jemir ist spät Du bleibst da Was? Ich hab geultet Oh mies ich zieh dich wieder in die Richtung von deiner Ulti rein Komm ich geh rein und ich muss hier Die kommen Malo son wichser Heilung Habt ihr was für Kronos? Äh cooldown Boah jetzt kann ich jetzt kann ich komm Warte ich sag nichts dran Was? Wie was? Nein 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 Oh no Oh ich heil nochmal Lock in An ally has been slain Help middle lane On my way Aha Was? 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 war Was? Toi Was? Tituland Ist evaporator rein in die Vadablos gibt es In 3 Sekunden kann ich wieder einen Grippen Oh, wir können uns... Oh, komm Herkules, Herkules! Du wirst wieder spielen! Nein, diesmal ich! Roman ist richtig armes Schwein Ja, Mann! Kriegt jeden Kill-Gestil Acht Assisten! Oh, diese Pisse! Na, das ist Back-In! Genau, Ultra... Ich hab Meth, pass auf, ich geb Meth Und Heilung Du bist mit einem Eiterung Du kannst mit zu viel Lifestil Und dir ein Schild machen, ne? Alter, scheiß Minions! Schlimmste Minions EU-West waren das, klar Alter! Kann man zu viel Luck haben? So arzt wie ein... Du bist mit mir und kein Problem WTF?! Alle Fokus Minions! Du bist immer ein Triple-Kill! Ja, der einen hab ich verfehlt, Mann Sonst wird auch noch was gehen Uwe hat 9-2 verpasst, 8000 Gold verdient Was soll man denn noch? Ja... Verfluchtes Ankh Puh... Ah, mal gute alte Aegis So, so, so... 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 So.... So... So... So.... So... 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 ... Yes! Nein! Das hat nicht nach all den Scheiß-Self zu gehen. Ah, wenn ich snagge, wenn ich snagge. Ah, wie doch gegen mein F nicht! Das habe ich 2 zu 2. Sorry, Alter, Roman ist echt arm dran heute. Sperb einfach, Uwe. Sperb! Sperb nicht! Ich leg dir da fürs Mana. Für mich vorbei, nimm mir das Mana! Dafür hat es 2. Ich brauche eh keins. Nein! Wurfen haben die hier. Be gleich zurück! Ah, haken wir das Tor. Na, nicht wirklich eigentlich. Wo Silvanus? Nein! Nein! Oh! Du stirbst auch noch. Geflucht! Ah, ich fasz' meine Scheiße! Nein! Ich fasz' gleich aus, Mann! Äh, komm! Komm, Benzmein! Ja! Nein! Ich will dich entdecken! Ich will dich einfach nur. Muss mir ihm lassen. Oh Mann, hey, dass dieses scheiß Viech in der Mitte hat mich grad so kalt auf den Socken erwischt. Da musst du aufpassen! Du gehst low da durch und das Viech kommt raus und du stirbst. Oh, lecker. Wohin? Hier hin. Schlimmere Gabel. Oh, links. Rechte lane, rechte lane, rechte lane. Nur das. Massaker, oder was? So, komm, das Füße machen. Das Füße machen. Warte, dass er noch Zeit geben wird. Na. Ja, zu Queed. Ich wollte unbedingt noch diesen, ähm, Janus. Oh, da hat sich sogar schon, ähm, wusthaunische Tapferkeit geholt. Ah, wie es so drecksbaßt, die Anubis. Jetzt kommt Anubis. Kaum das Mitte gehen. Mal greifen. Ja, mach das Viech platt, man. Ich hab mich übergekuckt. Oh, Dinkens! Der Konos! Wie viel Damage macht das? Wir haben's! Okay, was bringt das? 50-50 Power, 50-50 Oh, das ist cool! Ja, ist nicht schlecht! Krass, Mann, ja! Komm, Bandswip! Oh, sorry, Uwe! Ah, war's nicht gedacht! Ah, war's doch! Live in OP, Jupp! Der kommt zu dir! Ja, komm, der geht mir uns auch noch, Uwe! Komm, ich... ah, ne... Warte, ich gebe echt hier... 20-20 Prozent! Ja, lass mal den Tower jetzt machen! Wuh! Ja, komm, lass uns! Geh mir! Oh, ich bin sehr gefeated glaubt, aber ich bin mir nicht sicher! Nein, nein, nein... Das ist nur der Thunder, den ich hab! Hm? Mhm! Oh, du musst Ding jetzt kaufen, dieses Item da! Wenn du aus dem Base läufst, dann kriegst du Movement Speed-Buff! 30 Prozent! Ein paar Sekunden! Ja! Okay, krass! Ihr legt Mana, wenn ihr braucht! Äh, übrigens macht er gar kein Damage! Ja, das ist das, was die geändert haben! Das finde ich übertrieben unfair! Ja! Du wirst also der scheiß Tower machen mit Damage als der Felix! Alter! Tässliche Kind! Aua! Ja, man! Wir haben aufgegeben! Leute, Titan, wie es aussieht! Ja, Nubes und ich haben gleich viele Assists! Da sind keine Säte leften zu schützen! Da sind keine Säte leften zu schützen! Da sind keine Säte leften zu schützen! Das war's Conträumt! Da ist dann nicht ganz schön! Ja! Du wirst da, aber du wirst!